Und ich darf euch recht herzlich zu unserem Freitagabend Bauernstream begrüßen. Ein bisschen drüber mit der Zeit, tut mir leid. Aber ich musste noch ein kleines Frühstück reinschmeißen und die Kinder noch ins Bett bringen und so. Und dann, mein Gott, ist ja nicht schlimm. 20 Minuten werden euch ja nicht umbringen, oder? Genau, so sehe ich das auch. So, da ist man wieder hier back in business. Dann schauen wir mal. Mal schauen, ob ich die richtige Kategorie wieder habe. So. Jawohl, Kategorie passt auch. Und Jagdfrosch84, Axel Danny und ich bin putzig. Danke für eure Hosts, meine Freunde. Gucken wir mal, vielleicht können wir noch ins Bauernhaus und noch eine Runde schlafen. Dann können wir vielleicht ein bisschen den Regen umgehen. Weil, während es regnet, können wir... Ach, geht sogar geil. Mal fünf Stunden. Es regnet immer noch. Na ja, klar. Das ist schlecht. Während es regnet, können wir nicht ernten. Das passt mir jetzt erstmal gar nicht. Na gut, was willst du machen, ne? Kannst erstmal nicht so viel machen. So, dann tun wir erstmal unsere biologischen Eier fachmännisch einladen. Warte mal. Garage. Können wir dieses eigene Mini-Gewicht verkaufen? Das ist Glas, das ist es nicht. Oder war es doch, das war das Glas-Gewicht. Weil das chillt hier eh bloß blöd im Weg rum. Jawohl. Wie viele Kartons haben wir denn? Zwei, vier, sechs, acht. Na, so viel ist das nicht, ne? Mal schon gucken. Wo haben wir hier Zuckerrohr-Technik? Ne, die sind alle mit... ...mit so einem Dolly unten dran. Ah, 12.000 und 20.000, das kannst du ja voll verreiben. Jetzt im Glück habe ich die nicht gekauft. Da wärst du ja ruckzuck voll. Da wärst du eine Lane gefahren und Schicht im Schacht. Da gehen 52.000, hier gehen 66.000 rein. Das ist natürlich schon deutlich mehr. Ah, hier wächst schon nach. Wir haben nämlich mal voll abgearmt, Alter. Hier wächst schon nach, Alter. Das ist doch nicht normal. So ein Sheet mit dem Regen, hey. Na, machen wir hier mal geschehen. Die Chicken-Sau-Bär. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu ernten auf dem Feld. Also, das wäre halt schon geil, wenn es immer mal aufhören würde, ne? Das ist jetzt echt Stier, hey. Aber ich sehe schon oben an der Karte, sehe ich schon ein bisschen die Sonne durchlinsen. So, sorry, ich muss noch ein bisschen ein Biss nehmen. Ich habe noch ein bisschen Hunger. Es tut mir jetzt fast leid, wenn ich euch voll schmatzen muss. Aber nur fast. Ich habe noch ein bisschen Angst. Boah, hätte man mal länger geschlafen wie fünf Stunden. Jetzt steh ich da mit der puren Langeweile. Ach deswegen, der ist schmutzig und ich dachte gerade, der sah auf Anhieb so aus, als wäre er... Krass, dass das nicht kippt. Ok. 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 Jetzt müssen wir ihn nach hinten, sonst schmeißen wir unseren Vollernte um. Oh, das nervt, aber ich werde ihn vom Brötchen abbeißen und wenn es dann noch nicht fertig ist, dann spuren wir mal ein bisschen vor. Ich kann ja jetzt hier nicht 10 Minuten zukommen, bis es regnet. Das geht doch nicht. Also wir spuren es ein bisschen vor. Oh Mann, das hört ja gar nicht auf. Ich kann ein bisschen chillen und warten. Da hinten wird es hell. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das hört halt nicht mehr auf zu regnen. Dann tun wir halt so lange unsere biologischen Eier einladen. Weißen wir mal vom Brötchen ab. Weißen wir mal vom Brötchen ab. Alter, das hört heute nicht mehr auf zu seuchen. Hätte ich das gewusst, hätte ich das Spiel schon laufen lassen am Anfang. Dann hätten wir das durchgeskippt, aber naja. Boah Mann, hör auf, ich will den Zuckerrohr voll abbauen, Mann. Alter, das wächst da hinten schon nach. Das ist doch scheiße, Mann. So. So. Junge, 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 ich glaube das läuft heute den ganzen Spieltag durch, oder? Das tut mir echt leid, aber was will ich machen, kann schnell viel machen. So, nochmal ein bisschen Brötchen, dann ist mein Frühstück auch fertig. So. 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 Ich habe extra das Mikro gemutet. Sieht gut aus vom Wetter würde ich sagen. Warte noch, bis die letzten Regentropfen weg sind. Dann switchen wir die Zeit wieder runter. Sieht gut aus. Ah herrlich. Die Vögel zwitschern. Hunde bellen. Ah super, alles schön. So, dann machen wir weiter. Das ist ja ein unfassbar hochmotivierter Helfer. Also wir haben noch ein dezent großes Feld vor uns heute. Mal gucken, ob wir das Feld heute abgeerntet bekommen. Ich glaube dann langt es aber auch mit Zuckerrohr. Ich habe mir gedacht, vielleicht sollte man danach mal ein bisschen auf Baumwolle gehen. Also ein riesen Feld Baumwolle pflanzen. Es ist halt immer doof, wenn du eine Fruchtsorte auswählst, wo du auf den Helfer angewiesen bist. Und das ist ein wenig blöd, weil der sich manchmal ein bisschen doof anstellt, den Vollernter hier zu fahren. Was mir natürlich bei Zuckerrohr gefällt, dass das Zeug von selber nachwächst. Das macht es natürlich unfassbar rentabel. Und man zieht halt richtig viel Material aus der einen Linie raus. Das ist ja ein Zweireiher, wenn überhaupt. Und wenn man sieht, der zieht hier fast 30 Prozent raus. Von dem Hänger, der glaube ich 60.000 Liter fasst. Das ist natürlich schon ein Wort, ne? Jaja, Helfer G kann aber ein bisschen das Hirn anmachen. Der sieht ja, dass ich mit dem Trecker daneben stehe, man. So ein Job an, hey. Das hat hier am besten funktioniert, wenn wir mit dem Trecker ein bisschen vorgefahren sind. Weil der Hänger hat so einen leichten Versatz nach rechts. Das ist natürlich, wenn wir in die eine Richtung fahren, top. Weil du mit dem Trecker nicht so nah an den Erntner ran musst. Aber wenn wir in die andere Richtung fahren, hängt natürlich der Hänger nach rechts weg. Das heißt, du musst ein bisschen weiter, eigentlich quasi fast vor dem Vollender fahren. Deswegen ist es jetzt hier deutlich besser, wenn wir hier so ein bisschen davor düsen. Ah ja, super. Guck mal. Bam, bam. Direkt rein. Super. Ah, außer, man verrallt's, ne? Dass man zu nah dran war. Wo hinten ist auch schon fertig, dann können wir eigentlich den Lexion hinten losschicken. So, den Parkmark schwingt hier. Natürlich hochprofessionell und sich vorher auf die Straße geschaut, ob Verkehr kommt. Bitte nicht nachmachen. Ja, bitte immer gucken, ob ein Auto kommt. Nicht einfach auf die Straße fahren. Ich fahr doch das Rohr raus. Ich muss das jetzt ein bisschen raus fahren, sonst langt mir das da hinten nicht. Das sollte passen. Ja, passt. Einwandfrei. Einwandfifi. So. Das korrigieren wir mal selber geschwinkt. Das korrigieren wir mal selber geschwinkt. Der Helfer war doch eingestellt, oder? Jetzt ist er eingestellt. Welcher Helfer wird durch ein Objekt blockiert? Hä? Wird doch gar keiner blockiert? Oder war ich das selber? Wahrscheinlich war ich selber. Guck, wenn ich jetzt hier hochfahre, funktioniert das super. Durch den Versatz nach rechts vom Hänger. Aber halt in die andere Richtung ist es halt eher ein bisschen blöd, ne? Wir mussten uns auch erstmal ein bisschen einrufen, ne? Der Helfer und ich. Das hat letztes Mal nicht so geil funktioniert. Aber dafür klappt es jetzt umso besser. Oh je, da haben wir echt noch ein paar Reihen vor uns. Puh. So. Machen wir da ein Gerät leer. Helfer. Das ist aber sehr freundlich, dass die Autofahrer hier warten. Höf. Höf. Wir hocken ein bisschen zu nah drauf. Aber nichts, was wir nicht gelöst bekommen, würde ich sagen, oder? Besser muss ich sagen, viel besser. 84 Prozent, also es wird auf jeden Fall nicht eine komplette Line lang. Ich verstehe manchmal halt nicht, warum es auf der einen Seite so geil klappt, mit dem Helfer, dass er da richtig hinfährt. Und auf der anderen Seite, also auf der Seite hier, funktioniert es gar nicht. Da stellt er sich immer so ein schiefer Sechser hin. Ich verstehe nicht, warum. Also auf der anderen Seite, da dreht er ja einwandfrei. Wupp und fertig. Das ist gut. Kann man nicht meckern. Aber auf der anderen Seite, da wo jetzt der Hühnerstall ist, da klappt es nicht. Keine Ahnung warum. So, den Hänger haben wir gleich voll. Müssen wir nur gucken, dass wir es auch zum guten Preis verkaufen. Im letzten Stream haben wir die ersten zwei Hänger für jeweils 15.000 weg bekommen. Das war ja vom Grundprinzip vollkommen in Ordnung. Aber dann gegen das Streamende habe ich ja die zwei Hänger leer gemacht, wo ich voll hatte. Und da war der Preis um die Hälfte runter. Und das hat schon geschmerzt. Das hat richtig geschmerzt. Das war quasi verschenkt. Das war eigentlich nicht quasi, das war verschenkt. Also der Preis von der Zuckermühle war glaube ich auch nicht wirklich besser. Aber er war glaube ich immerhin in Hunderter höher. Wir haben es davor glaube ich für, lass mich nicht lügen, aber für 600 verkauft. 500 pro 1000 Liter. Und beim zweiten Mal habe ich nicht geguckt, da war der Preis bei 200. Und ich so, Alter, ich so, warum gibt es so wenig? Ja, das war mir dann schon klar warum. Wir könnten das ganze Zeug aber wesentlich effizienter abbauen, wenn es einen Hänger geben würde, wo ich hinten ran hängen kann an den Vollender. Weil man kann ja für Aufpreis diese Zugmaulklaue da kaufen. Und der einzigste Hänger, der zum Koppeln war, war der, wo hinten am Trecker dran ist. Das Problem ist aber, da backt sich das Teil komplett weg. Ja, da hast du keine Chance. Ja, ja, jetzt. Alpha C, entspann dich. Das bin ich. Wo langt das? Jawoll. Guck, wie das hier oben klappt. Einwandfrei und unten klappt es nicht. Das verstehe wer will. Also ich nicht. Ich verstehe das nicht. Wenn ich einen Hänger hätte, wo ich da hinten ran hängen kann, dann würde ich das Zuckerrohr sogar lassen. Aber dann könnte ich es halt selber abbauen und brüche nicht den duppigen Helfer dazu. Oder ich könnte den Hänger einfach an den Helfer hinten ran hängen. Ja, und sagen jetzt. Feuer frei, Kollege, gib ihm. Das ist schon ein bisschen doof, ne? Dass du da einen Vollernter hast, wo du einen Hänger, quasi eine Anhängerkupplung hinten ran kaufen kannst, aber du keinen Hänger hast. Ähm, der passt. Ja, das ist ein bisschen doof. Und der Hänger ist ja eh ne Mod. Den gibt es also eigentlich gar nicht original. Weiß ich gar nicht, was ich da hinten ran hänge. Ja, ich könnte eine Ballenpresse wahrscheinlich hinten dran hängen. Falls es überhaupt geht bei Zuckerrohr. Der kann aber auch keine Sekunde warten, der Helfer. Der muss jetzt rum. Genau jetzt. Und dann auf Teufel komm raus. Oh. Ich meine, schöne Ballen hier umschmeißen. Jetzt hat er es geschafft sich richtig zu korrigieren. Zu hart. Ich werde nicht schlau aus dem Helfer. Wobei Samus, der Ernte an sich ist schön gemacht. Gefällt mir gut. Also ich meine klar, der wird schon so aussehen wie so ein original Zuckerrohr Ernte aussieht. Also so ist es nicht. Aussieht schön aus. Funktioniert alles gut. Sieht gut aus. Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig gut. Junge, 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 Junge. Es sind bestimmt noch 30 Reihen, die wir fahren müssen. Hätte ich jetzt mal so ganz grob geschätzt. Helfer, Jay hat einen fassvollen Korntank. Ja. Auch nicht so schlimm. Auch das Problem bekommen wir gelöst. Und rum. Egal was da steht. So, warte mal was schwimmt. Gehen wir mal schön abtanken würde ich sagen. Ja ja, das ist ja perfekt. Ja ja, das ist ja perfekt. Ich habe neben mir versucht den Tempomat einzustellen. Und das ist manchmal ein bisschen doof auf der Konsole gelöst. ne. Weil der Stick zum Einstellen des Tempomats ist auch gleichzeitig der Stick mit dem man lenkt. Und das kann dann manchmal schon zu Problemen führen. Und zwar zu dem Problem, dass der Trecker lenkt, aber wo das nichts voll. ist ja. Okay, das hat er einfach stehen lassen hier. Ich verstehe es nicht. Das sollte ich packen. Hier. Ich muss unsere Chicken auch was zum Futtern haben. Okay, weiter geht's. Große Nachfrage bei Beckerai. Aber ich habe glaube gerade gar nichts zum Abgeben. Schon ein bisschen blöd. Ich habe gerade mal spontan den Gegnerle machen müssen. Aber ich bin halt auch schon seit kurz vor drei wach. also morgens. Nicht mittags. Drei Uhr morgens. Ich muss jetzt nur diesen toten Punkt überwunden bekommen und dann ist alles wieder gut. Das hat halt immer alles seine Vor- und Nachteile, ne? Wenn du halt so Otto-Normal-Job hast oder halt um halb acht. der achte neune anfängst, dann bist du natürlich wesentlich fitter. Du kommst aber halt natürlich auch erst sehr sehr viel später heim. Und ich habe halt eher die Variante gewählt, früh anfangen, früh heim gehen. Und das ist ja so, wie ich glaube ich schon mal gesagt habe. Ich fange halt lieber früh an im Geschäft und gehe früh heim. Aber dafür kannst du halt auch abends nicht so lange machen, ne? Das ist halt das Problem an der Sache. Deswegen sind halt auch die Mittags-Streams, die ich am Montag und am Mittwoch hatte, halt immer nur zwei Stunden. Weil, klar, hast du ja auch noch Kinder. Hund musst auch noch ab und zu kämmen, habe ich gehört. Und mit dem ist dich auch ein bisschen beschäftigt mit den Kindern. Und dann kannst du halt auch nicht sagen, nee, geht nicht. Papa ist am Livestreamen. Ja, da haben die halt relativ wenig Verständnis dafür. Aber dafür hat man halt auch wiederum Sachen, sag ich mal, die auch nicht alle Väter miterlebt haben. Ja, ich habe zum Beispiel, wo ich so erschrocken bin, das war glaube ich vor zwei Jahren, war Kindergartenfest. Und dann kam halt auch ein Papa rein. Und das Kind ging, glaube ich, schon zwei Jahre in den Kindergarten. Und der hat dann eiskalt gesagt, boah, so sieht also dein Kindergarten aus. Und da habe ich dann schon ein bisschen erschrocken, dass man sowas dann noch nicht gesehen hat, oder kaum gesehen hat. Gut verdient hat er, das weiß ich, was er geschafft hat. Aber siehst mal, was dir die Kohle, die bringt dir gar nichts. Wenn du solche einfachen Sachen nicht siehst oder nicht sehen kannst, das ist echt Stier. So, dann machen wir die Lane hier noch fertig, die der Herr einfach mal nicht machen wollte. Jetzt gucken wir mal, wie viel der Herr uns hat übrig gelassen. 3,2 haben wir ja gerade eben schon gehabt. Jetzt schauen wir mal. Boah, also tausend mehr habe ich auf jeden Fall gerechnet. Ja, aber jetzt sind wir ein bisschen weit weg. Wir haben nicht mehr die 4.000 geknackt. Okay, die 4 haben wir geknackt. Guck mal, mach die 4.2 fest. Jawoll. Also. Der Helfer. Kann uns knapp 1.000 Liter unterschlagen. Dann fällt nichts mehr ein. So, ich möchte schon was trinken. Das ist ein bisschen was trinken. Super. Dann parken wir den. Ja, den können wir eigentlich hier lassen. Weil das fällt. Weil das fällt. dahinten sollte ja dann auch zeitnah fertig sein der moment wo man einfach mal gas gibt statt zu bremsen super brauche mir genau die sind hier ich glaube wir bleiben bei soja die waren auch beim letzten stream vom preis unfassbar gut jetzt müssen wir mal geschwind die preise checken von den einzelnen fruchtsorten ich muss trotzdem sagen dass soja einfach am besten vom preis darstellt 2,5 im restaurant beim agro großhandel 2,3 und steigend western zuckerpflanze bietet 301 und der agro großhandel 373 ne ich glaube wir nehmen nochmal soja sonst habe ich fast nichts was über 2000 wäre außer sonnenblumen und hafer müsste das glaubt sein wir bleiben bei soja schon durchgucken ah das eine war okay ja das ist raps das andere war dann ach ihr wisst was ich meine sorry ich bin so müde ich blick's gerade nicht so wirklich aber ich muss nur über diesen toten punkt rüber kommen und dann ist alles gut also dann können wir hier auch weitermachen also ich glaube nicht so dass wenn das feld geerntet ist dass ich hier nochmal zuckerrohr mache also ich glaube es nicht da müssen wir jetzt nur erstmal die preise checken bevor wir hier gleich losdüsen mit den beiden hänger dass wir da grob wissen wo man am meisten raub bekommt für unser geld also die 15.000 pro hänger waren echt nicht schlecht beim letzten stream und beim letzten stream beim preis um die hälfte gefallen das ist echt doof das bleibt ja stehen noch ein bisschen voll das ist echt doof das ist echt doof das ist echt ich weiß nicht Sie hat gut angefangen und dann schlecht nachgelassen. Ich bin kein Freund von diesen Knickgelenken. Ich mag da lieber Starrachsen. Fast. Jetzt wird leer. So, dann gucken wir nochmal. Na, wäre es dann Zuckerpflanze jetzt steigend. Beim Großhandel kriegen wir 373. Jetzt 50-50 schon. Na, komm, wir fahren zum Großhandel. So, dann tüßen wir los. Mal schauen wir mal, wie viel Cash uns das einbringt. Insgesamt haben wir 104.000 Liter geladen. Das ist ganz schön viel, gell? 104.000 Liter. Das muss man sich erst mal vorstellen. Boah, was war das denn? Aber das sage ich öfters. Die lenken sich bei hohen Geschwindigkeiten, lenken sie sich alle echt schlecht. Da werden die so richtig hektisch. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. uyor. Genau. So, wie viel hier ist viermalen. gucken dass ich weiß wie rum ich hinfahren muss da 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 Hä, wo häng ich? Da dürfen wir nicht zu nah an die Gleise ran, sonst ist es blöd. Gucken wir mal, was der Hänger abschmeißt. 19.000, ey, das ist eigentlich schon, na gut, das letzte Mal waren es 15.000 pro Hänger. 20.000 pro Hänger Oh, da haben wir auch Glück gehabt, der hätte uns komplett umgemäht. Aber 19.000 ist gar nicht so schlecht pro Hänger. 20.000 pro Hänger Boah, das habe ich aber auch noch nicht gehabt, dass ich da hängen bleibe. 20.000 pro Hänger Okay, da hinten läuft es, der ist sad. Manchmal besser, wenn man es nicht sieht, was für ein Schwachsinn. 20.000 pro Hänger Soll ich über den Helfer schimpfen? Ich habe selber den Schilber einen Haufen gemäht. Manchmal verstehe ich nicht, was der Helfer sich dabei denkt. Er denkt ja selber nicht, ist mir schon klar. Er ist ja programmiert, das so zu machen. Aber manchmal würde ich mir schon gerne denken, was da im Kopf vorgegangen ist, das so zu programmieren. 20.000 pro Hänger 20.000 pro Hänger Aber Leute, es tut mir echt leid, ich muss es echt lassen für heute. Ich merke das immer wieder, wie es mir die Augen zudrückt. So ein Sekundenschlaf. Ich bin echt zu müde. Wie schon gesagt, ich bin seit kurz vor drei morgens wach. Boah nee, ich verpack das nicht. Ich merke immer wieder, wie es mir die Augen zudrückt für ein paar Sekunden. Nee, das macht mir keinen Spaß und das macht euch wahrscheinlich noch viel weniger Spaß. Ich lasse es für heute vor sein. Tut mir echt leid. Wenn ihr Bock habt, morgen machen wir einen neuen Stream. Da bin ich frisch und frei. Da wird es besser laufen. Es tut mir echt leid, Leute, aber das drückt mir so die Augen zu. Wenn ihr trotzdem wollt, sagt, hey komm, so schlecht war der Typ ja gar nicht. Auch wenn er halb gepennt hat heute. Könnt ihr mir gerne oben natürlich ein Follow da lassen. Und wenn ihr irgendwelche Infos haben wollt über Merch oder was weiß ich. Was findet ihr alles unten in der Infobox? Und wie schon gesagt, Twitter, Instagram könnt ihr mich gerne starten. Und morgen 21 Uhr sehen wir uns wieder hier. Gibt es wieder ein bisschen Bauern-Action. Vielleicht tut man das auch ganz überdenken mal mit dem Zuckerrohr. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, was mir da so schönes einfällt. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir hier auf das Feld drauf klatschen können, könnt ihr mir auch gerne über Twitch oder Instagram oder Twitter eine PN da lassen. Ist alles kein Problem. Okay. Aber es tut mir leid, Leute. Das drückt mir so das Gesicht zu. Ich habe voll den Sekundenschlaf ab und zu. Das macht keinem Spaß von uns. Tut mir leid, Leute. Aber ich wünsche euch einen schönen Abend. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen Abend wiedersehen. Okay. Ich bin raus. Euer Simon. Ciao.